Davon geht die Welt nicht unter, sie kann sie manchmal auch grauen. Einmal wird sie nicht unter, einmal! Der Nuncius hat dem Tiso mitgeteilt, dass wir bei Lublin die Juden verheißen. Weiß! Der Tiso verlangt jetzt eine Untersuchung! Untersuchung? Untersuchung! Was ist denn noch auf der Suchung? Asche! Der Vatikan muss helfen, Exzellenz! Nur er allein kann hier noch helfen! Ja, was kommen Sie da zu mir? Sie tragen doch selber die Uniform der Mörder! Ich sage Ihnen doch, ich bin hier nicht zuständig! Zuständig? Ich versichere Ihnen, der Vatikan wird handeln, weiß Gott, er wird es tun. Ich verspreche es Ihnen. Und wenn der Papst wie immer handelt? Also gar nicht? Was machen wir dann? Gehorchen müssen wir! Das wissen Sie! Und dann? Dann schauen wir morgen Abend dabei zu, wenn unsere Mitbürger bei Termini in Fiebergangs verfrachtet werden! Niemand soll sagen, wir hätten das Gesetz der Liebe politischen Kalkül geopfert! Nein! Schlimme Menschen, diese Deutschen!